einen wunderschönen zusammen der meister der zwölf millimeter ist wieder hier die katze ist gerade abgestürzt an der heizung sehr schönes geräusch ja der meister der zwölf millimeter wir haben es in meiner welt samstag vormittag jetzt kurz nach neun krass ich habe das gefühl ich bin ewig wach aber okay wir fahren jetzt einkaufen samstagmorgen halten und dadurch dass ja angie bei uns morgen bei euch gestern geburtstag hatte müssen wir noch so ein paar erledigungen machen weil sie freunde geladen hat ja es ist meine brille schief die kommt mir so schief vor ein bisschen ja kannst du da mal hand anlegen ich kann sowas von hand anlegen ja auf jeden fall müssen wir einkaufen schneit wie lustig aber es ist gar nicht so dunkel also es kann nur irgendwie eine wolke sein weil es ist nicht besonders dunkel deshalb drei flöckchen aber trotzdem schön richtig hübsche flocken richtig ja es schneit im dezember und sing ein lied schneeflöckchen es ist soweit schnitzelbrötchen es schneit immer noch ich glaube wir haben winter und da hinten sie räumt man weiß noch nicht so genau was sie vorhat aber sie räumt wir können ja mal zugucken ein bisschen sehen was sie da macht sie sagt aus ist hier aus wie witbe wollte möchte ich nur mal dazu sagen aber es hält meine ohren sehr schön wahr klar der meister der 12 mm ist jetzt der meister der 17 mm und leicht angeschlagen boah ich habe gerade ein wenig versucht ruhe zu finden auf der couch ich könnte gerade einpennen aber frau ruft das essen ist fertig das treibt mich dann doch auf die beine jetzt nach dem essen wer fühlt sich nach dem essen eigentlich auch immer noch mal so richtig geredet und müde wir werden jetzt mittagspäuschen machen bevor ich dann später dazu übergehe und kuchen backe also eine backmischung aber immerhin ich habe kerzchen besorgt und also hier sowas ne werden wir einen schönen geburtstagskuchen zusammen zimmern und ich muss noch geschenke einpacken sehr lustig es gibt zwei geschenke vielleicht versteht ihr morgen den spaß mal sehen uiuiui das ist ja extrem weit weg 12 mm mit tripod krass aber darum soll es gar nicht gehen also außer dass ich heute schon die ganze zeit erwähne mit was für objektiven ich arbeite warum ich werde jetzt diesen rührkuchen anrühren was gibt es denn da zu lachen ich werde jetzt diesen rührkuchen anrühren ja natürlich was soll ich denn sonst sagen außer ich werde jetzt diesen rührkuchen anrühren ja es ist ja aber leider keine drohung sondern das ist mein freier wille na gut schauen wir mal was dabei rauskommt ich werde jetzt diesen rührkuchen anrühren ich werde jetzt den rührkuchen zu lassen Bis zum nächsten Mal. Das Kuchenprojekt läuft, wollen wir mal gucken, wie der nach 45 Minuten aussieht. Dann hole ich den da raus und dann wird noch dekoriert. Yay! Happy Birthday dann morgen. Happy Birthday dann morgen. Happy Birthday dann morgen. Fertig ist das Ding. Ich werde ihn jetzt noch abkühlen lassen, werde ihn dann umschichten auf dieses Drehteller-Teil. Und danach werde ich die Kerzen draufstecken. Das ist ein epischer Moment. Und vor allem ist der Moment dann morgen episch, wenn die Kerzen brennen. Brennen! Da ist unqualifiziertes Lachen aus dem Hintergrund zu hören. Ich verstehe nicht warum. Also ich finde es gelungen. So, morgen dann nur ohne Flossen verbrennen die ganzen Kerzen auch anbekommen. Puh, naja, okay. So, und jetzt Geschenke einpacken. Geschenke. Ah ja, Spaß muss sein. Das hier ist mein Geschenk für Angie. Und das hier ist auch mein Geschenk für Angie. Und das ist sein Geschenk für Angie. Ähm, ja. Hat sie mal gesagt, hätte sie gerne. Und ich finde, das ist genau das, was sie haben sollte. Gut, äh, packen wir es mal ein. Ich bin echt kacke im Einpacken, aber schauen wir mal. Ja, okay, ich hätte es auch im Karton einpacken können, gebe ich zu. Aber es wäre nicht so lustig gewesen. Ich habe ihr gesagt, sie bekommt zwei Geschenke. Sie bekommt zwei Geschenke. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich mache den Vlog jetzt hier zu. Boah, auch einiges passiert. Schneechaos in Hanau. Kuchen backen, einkaufen, Geschenke einpacken. Wahnsinn. Das war mal wieder ein Vlog. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen zu einem ganz anderen Video. Bis denn. Ciao. Ja, das war mal wieder. Bis zum nächsten Mal.